In der britischen Thronfolge hat Meghan Markle keinen Platz, dennoch wurde die Herzogin von Sussex jetzt zur Monarchin gekrönt. Herzogin Meghan, 42, wird jetzt zur Königin von England. Ein Titel, der der 42-Jährigen wohlgefallen hätte. Doch sie heiratete nur den zweitgeborenen Prinz Harry, 39, was ihre Chancen auf den Thron auf nahezu null reduziert. Trotzdem wird die ehemalige Suits-Darstellerin jetzt von einem Künstler zur Königin erhoben, zumindest in einem Porträt. Der Künstler ist kein Unbekannter, Danly Vélin Hall, 44, der jüngste Maler, der ein offizielles Porträt von Queen Elizabeth II. 96, malen durfte. Sie posierte 2012 Stunden lang für ihn in Windsor. Wie der britische Daily Express berichtet, ließ sich der Brite für seine neuesten Werke vom Herzogspaar Sussex inspirieren. Die königliche Familie ist das vielleicht spannendste und am längsten laufende Drama der Geschichte und hat unzählige Werke in Theater, Literatur und anderen Formen der Kunst inspiriert, erklärt der Künstler Wahl. In einer seiner Radierungen stellt er Meghan als Dame Elisabeth Grey dar, die durch ihre Heirat mit König Edward 1464 zur Königin von England wurde. Das Bild trägt den Titel Returning White Queen, zu Deutsch Wiederkehrende Königin. Elisabeth Grey war für ihre Schönheit bekannt, stammte jedoch aus einfachen Verhältnissen und blieb daher ihr Leben lang eine Außenseiterin am Hof. Den 39-Jährigen stellt der Künstler als Charles Edward Stuart Dahl, besser bekannt als Bonnie Prince Charlie. Dieser lebte im 18. Jahrhundert, war bekannt für seine Schönheit, seine prunkvolle Kleidung und seine Vorliebe für feste Eigenschaften, die auch dem jungen Harry vor seiner Begegnung mit Meghan zugeschrieben werden könnten. Die künstlerischen Darstellungen sind ab dem 28. Juni 2024 in der Ausstellung The Rain im Burlington House, London zu sehen. Mit etwas Glück und einem Startgebot von rund 2.400 bzw. 2.700 Euro können diese auch erworben werden. Die künstlerische Darstellungen sind ab dem 30. Jahrhundert. Untertitelung des ZDF, 2020